Servus liebe Trader, wie finden wir eigentlich Aktien, die in den letzten Monaten schon relative Stärke gezeigt haben und jetzt gerade dabei sind, nach positiven Nachrichten ihre Aufwärtsbewegung zu beschleunigen? Genau darum soll es heute gehen. Ich möchte euch heute in einem kurzen Video zeigen, wie ihr mit dem Aktien-Screener ein Template erstellen könnt für die tägliche Screening-Routine, um dann solche Trading-Chancen wie eben gerade auch bei Werbio zu finden. Führende Trendfolgetrader oder erfolgreiche Trendfolgetrader wie Mark Minervini, Daniel Sanger, William O'Neill, Nicolas Davas, alle haben sie eins gemeinsam, sie schwören auf Aktien, die sich bereits in Aufwärtsbewegungen befinden und dann entweder nach neuen Analystenkommentaren, positiven Quartalszahlen, großen Aufträgen etc. ihre Aufwärtsbewegung beschleunigen können. Bei Werbio war das gestern ein Analystenkommentar von Haug und Aufhäuser, der Hersteller von Biokraftstoffen könnte von einem guten Geschäft profitieren, die Jahresprognose beim EBITDA von 300 Millionen Euro könnte zu konservativ sein, entsprechend wurde auch das Kursziel auf 90 Euro kaufen angehoben. Und wir haben hier einen sehr trendstarken Titel am deutschen Markt, der jetzt auch gerade einen wichtigen Beitrag leisten könnte, um auch die Abhängigkeit von den Gaslieferungen weiter zu diversifizieren. Sehr schöne Basis, die sich hier ausgebildet hat, wie gesagt, gestern schon Analystenkommentare, heute wird dieser Breakout aus der Basis zumindest schon mal verteidigt. Wir wollen aber jetzt vor allem sehen, wie finden wir denn solche Setups. Dazu gehen wir auf den Aktien-Screener, der ist ebenso wie der Trading Desk Teil des Abos zur Börsensoftware, können uns direkt dorthin verlinken lassen. Und mit dem Aktien-Screener können wir jetzt bestimmte Scan-Kriterien eingeben, nach fundamentalen und technischen Parametern, um eben bestimmte Aktien aus einem Universum herauszufiltern. Wir machen das heute möglichst kurz und knapp, aber ihr seht schon, mit wenigen Klicks lässt sich hier ein sehr mächtiges Screening erstellen. Wir wählen zunächst ein Aktien-Universum aus. Wir können da verschiedene Indizes oder auch Kurslisten nutzen. Wir bleiben zum Beispiel auch gleich mal am deutschen Markt mit Verbio. Alle deutschen Aktien mit einem Handelsvolumen von größer einer Million wollen wir haben und dann zum Beispiel auch den US-Markt nehmen wir rein mit einem Handelsvolumen von größer 10 Millionen. Was wir dann heute brauchen, sind eigentlich nur technische Faktoren, weil wir wollen ja Aktien mit relativer Stärke oder einer gewissen Performance schon auf Sicht einer bestimmten Zeitspanne. Das können wir zum Beispiel auch mit dem Indikator Performance sehr gut definieren. Da haben wir es schon. Ich wähle es mal kurz aus und sage dann zum Beispiel, nicht auf Jahresbasis, sondern zumindest auf Halbjahresbasis. Also im Schnitt hat ein Handelsjahr ja um die 250 Börsentage. Ich nehme jetzt einfach mal 120 Perioden rein und sage, dass die Aktie zumindest in diesem Zeitraum auch schon 50% zugelegt haben soll. Also in den letzten 120 Handelstagen. Das heißt, wir sollten jetzt Aktien eigentlich finden, die schon mal relative Stärke zeigen, eine Aufwärtstrendstruktur im besten Fall ausgebildet haben und dann wollen wir natürlich auch haben, dass die Aktien im Bereich ihrer Hochs notieren und jetzt nach oben ausbrechen. Denn gerade wenn solche markanten Widerstandsmarken wie eben neue Allzeithochs, Jahreshochs rausgenommen werden, ist das oftmals auch nochmal der Startschuss, von dem aus Wachstumswerte oder generelle Aktien ihre Aufwärtsbewegung beschleunigen können. Deswegen bleiben wir hier bei Technisch. Und da sagen wir zum Beispiel einfach nur auf Jahresbasis, wir wollen, dass die Aktien nicht weiter als 10% von ihrem Hoch entfernt sind. Jetzt klicken wir einfach nur noch auf Scannen und bekommen auch gleich die Treffermenge angezeigt. Wir sehen jetzt von diesen zwei Universen, wo 3512 Aktien drinnen sind, erfüllen 162 Stück diese Performance von 50% auf Halbjahresbasis in etwa, die wir haben wollen und 45 Aktien wiederum dann noch haben einen Abstand von maximal 10% zum Hoch. Ganz oben, wie gesagt, haben wir jetzt hier die erwähnte Verbio. Wir sehen aber auch andere spannende Aktien wie Solarwerte, die heute wieder gespielt werden könnten, nachdem SolarEdge Technologies zum Beispiel gute Quartalszellen wieder präsentiert hat. SMA Solar hat auch überzeugen können. Also die Branche sollte man im Blick behalten. Wir haben auch spannende Aktien wie eine Insulet, wo es einen Pivotal Newspoint gerade gegeben hat, nachdem die Quartalszellen überzeugt haben. Hier profitiert man als führender Anbieter mitunter von Insulinpumpen, auch von der Einführung des neuen Omnipod 5. Airf Beauty hat nach den Earnings jetzt auch hier aus dem Aufwärtstrend heraus nochmal die Aufwärtsbewegung beschleunigt. Warum? Auch hier Quartalszellen. Man bringt vor allem die führenden Kosmetikkonzerne zunehmend unter Druck als Anbieter von Billigprodukten mit doch hoher Qualität. Im Schnitt, sagt man, bietet man da so Make-up für 5 Dollar an. Die Konkurrenz im Branchenschnitt eher um 9 Dollar. Und gerade jetzt in Zeiten der hohen Inflation kommt das vor allem auch bei jungen Zielgruppen sehr gut an. Man kann hier weitere Marktanteile gewinnen. Und wenn man sich hier einfach durchsieht, findet man dann auch absolut überzeugende Growth Stocks, wie eine Transmedics, ein führender Anbieter von Organ Care Systemen. Da geht es vor allem darum, dass mit neuen Technologien ganz neue Standards bei Organtransplantationen geschaffen werden können. Man möchte jetzt im besten Fall im laufenden Geschäftsjahr um 181% wachsen können und sorgt im Prinzip mit seinen Technologien dafür, dass die Wartelisten bei den Transplantationspatienten kleiner werden, weil sich einfach vermehrt Herzen, Lungen und Lebern nutzen lassen. Und diese Technologien sorgen hier dafür, dass hier diese Engpässe besser bewältigt werden können. Es gibt hier sehr viele spannende Aktien, die ich hier durchsehen kann. Natürlich einige, die auch schon durchgezogen sind, aber auch viele, die den Breakout gerade jetzt erst gestartet haben, wie eben Verbio. Damit ihr das täglich so nutzen könnt und mit einem Klick dieses Screening durchführen könnt, empfehle ich euch, klickt hier auf Speichern als. Wir nennen es einfach mal Bullische Aktien. Ich klicke auf Speichern und dann könnt ihr entweder beim Aktien-Screener dieses Template mit der Dropdown-Liste sofort immer auswählen. Müsst dann immer nur auf Scannen klicken. Anpassungen könnt ihr immer im Nachhinein auch noch vornehmen. Oder ihr geht wieder zum Trading-Desk zurück. Und der große Vorteil, wenn ihr hier einmal auch aktualisiert habt, ihr könnt hier jetzt dieses Screening auch als Kursliste aufmachen, indem ihr hier einfach auf Neu Scans klickt. Denn durch dieses Template, das wir erstellt haben, haben wir jetzt hier auch einen Scan hinzugefügt. Da haben wir schon Bullische Aktien. Ich wähle das einmal aus, anwenden und schon geht diese Treffermenge auch wie gewohnt als Kursliste auf, die ich dann zum Beispiel auch mit den Kurslisten Alarmen gezielt überwachen kann. Also ich habe da wieder Verbio drinnen, First Solar etc., Elf Beauty. Und jetzt kann ich hier entweder weitere Anpassungen vornehmen oder einfach auf das Glockensymbol klicken und zum Beispiel sagen, informiere mich bitte per Push-Notification auf meinem Smartphone, wenn einer dieser Aktien auf ein neues 52 Wochen hoch ausbrechen kann. Alles, was ihr braucht, um dieses Screening durchführen zu können, ist das Abo zur Börsensoftware auf home.traderfox.com. Findet ihr das Angebot dazu. Wir haben hier eine Übersicht, wo alles nochmal ganz genau aufgegliedert ist. Was ist wo genau dabei? Bei unter der Kategorie Software habt ihr eben auch die Börsensoftware für 29 Euro im Monat und ihr könnt euch da auch beim Reiter Applikationen nochmal genauer dazu informieren, welche weiteren Tools und Screeningmöglichkeiten hier noch inkludiert sind. Ich wünsche euch in diesem Sinne viel Spaß beim Screenen und dann wie immer viel Erfolg mit euren Trades.